Der Pfingstsonntag bringt teilweise Sonnenschein, aber örtlich auch Schauer- und Gewitterwolken. Ich fange mal mit dem freundlicheren Wetter an. Zum Beispiel in der Bodensee-Region wird Pfingstsonntag die Sonne oft scheinen. Hier gibt es verbreitet einen trockenen Tag, genauso wie in weiten Teilen des Alpenvorlandes. Auch an der Nordseeküste wird die Sonne oftmals scheinen. Hier ist das Wasser den Schauerwolken eindeutig noch zu kalt. Dementsprechend ist hier der Himmel relativ aufgeräumt. Und es wird dementsprechend zum Beispiel auf Helgoland 13 Sonnenstunden geben im Alpenvorland. Wie gesagt, auch relativ freundliches Wetter bis zu 11 Sonnenstunden in der Landesmitte. Da geht nicht so viel. Gerade im Rothaargebirge ist der Himmel meistens grau. Hier ist man dem Tiefdruckzentrum relativ nah. Und dementsprechend werden sich hier relativ viele Wolken aufhalten. Und diese produzieren bereits am Sonntagvormittag in der Landesmitte teilweise Schauer, während es eben im Süden genauso wie im Nordwesten an der Nordsee relativ sonnig sein wird. Im Laufe des Tages kann es in Alpin eventuell ein kurzes Gewitter geben. Ansonsten vielerorts hier im Süden trockenes Wetter abseits der Berge. Ebenso an der Nordsee sonst Schauer und Gewitter örtlich. Auch mal ein kräftigeres Gewitter mit starkem Regen, aber nicht so ein langanhaltender Dauerregen wie zuletzt in den Hochwassergebieten hier im Südwesten. Also das droht jetzt erstmal nicht zu Pfingsten. Höchsttemperatur in den sonnigen Phasen 20 bis 24 Grad auf den Bergen bzw. an den Küsten. Ein wenig frischer und der Wind dreht sich rund um das Tiefdruckzentrum entgegen dem Uhrzeigersinn. Und so ähnlich ist die Windkonstellation dann auch am Montag, am Pfingstmontag. Vor allem im Norden und im Westen Schauer und Gewitter. In Sachsen und im Süden relativ freundliches Wetter. Im Alpenvorland sommerliche 26 Grad. Am Dienstag wird es dann vor allem im Osten sonnig sein. Hier bis zu 29 Grad warm. Von Südwesten hingegen zieht das nächste Unwetter tief auf. Wieder mit Gewittern, wieder mit teilweise heftigen Dauerregen. Mehr dazu gibt es hier im Sieben-Tage-Trend auf wetter.com. Zuvor wünsche ich auf diesem Wege eine gute Zeit.